Das ist der Hochdrohnen, gell? Ja, und das ist der Eiskugel. Schauen wir mal da um. Zum Eiskugel. Und dann schauen wir da weiter Richtung Hacklöten irgendwo. Gell? Und dann, wenn man es wieder weiter dreht. Da wird wieder in Wien nochmal kommen. Und da ist die Jagdhütte. Da war ein schönes Silvester feiern eigentlich. Und da jetzt nochmal einwerfen wegen der Runde durch. Und da unten ist werfen wegen. Und da hinten auch König. Und dann geht es wieder rauf zum Hochdrohnen. Ja. 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 Ja.